Und bei uns geht es weiter mit brandneuen Rechnen. Aber das sind solche Leckerbissen, das werden Sie mir nicht glauben, wenn ich gleich sage. Wir haben hier Dell und Fujizo für Sie und das sowas von knallhart reduziert. Das sind richtig günstige Sahneschnittchen. Neueste Technik, Top-Ausstattung, Markenqualität zum ganz kleinen Preis. Und wie das geht, das verrät uns Ingo. Ja, das geht, weil wir Refurbished-Rechner hier haben. Refurbished sind Rechner, die schon mal benutzt wurden. Die wurden geleast von einer Firma und dann, wenn die Leasingperiode vorbei ist, wurden die zurückgegeben. Und wir konnten diese Spitzenrechner zu einem absoluten tollen Preis hier für Sie besorgen. Da haben wir natürlich auch nur ein gewisses Kontingent von, weil die kann man einfach nicht nachbestellen. Aber das ist natürlich cleveres Kaufen, weil Sie jetzt ein Spitzengerät zu einem Bruchteil des Neupreises bekommen. Und anfangen tun wir hier mit einem Fujitsu S-Primo. Muss ich das direkt lesen. Fujitsu S-Primo P910L. Das ist der Rechner hier, ist wunderschön, ist ein Desktop. Und ich finde, Fujitsu legt immer auch Wert drauf, dass die von außen eben auch sehr schön sind. Hier mit diesem roten Streifen an der Seite ist schon mal sehr schick. Und der ist pickepacke voll mit modernster Technik. Wir haben einen Core i5-Prozessor und wir haben 16 GB RAM. RAM ist eine wichtige Größe, wie viele Programme Sie gleichzeitig laufen lassen können, wie schnell Sie im Internet sind, wie schnell Videobearbeitung ist. Microsoft empfiehlt 4 GB, wir haben hier 16 GB sogar drin. Und jetzt kommt der Hammer, Anne. Für 349 Euro bekommst du hier eine 240 GB große SSD-Festplatte. Rasend schnell. Plus eine 2 TB große Festplatte. Das macht Sinn für diese SSD-Festplatten. Die sind ja sehr schnell. Das ist ja wie ein Memory-Stick. Da tut man dann seine ganzen Programme rauf. Aber die Daten, die müssen ja nicht so schnell sein. Dafür hat man dann mit dieser 2 TB großen Festplatte riesig viel Platz. Also eine DVD braucht so um die 7 GB. Und dann sind ja, ich glaube, fast 300 DVDs passen da noch drauf. Das musst du dir mal vorstellen. 300 DVDs in dieser kleinen Kiste. Wir haben natürlich ein DVD-Lesegerät und Brenner auch noch drin. Wir haben ganz modern, wir haben unglaublich viele Anschlüsse. Das ist halt der Vorteil von einem Desktop-Rechner im Gegensatz zu einem Laptop-Rechner, dass wir hier viel mehr Anschlüsse haben. Laptop hat ja immer nur, wenn Sie Glück haben, 2, 3 USB-Ports. Hier haben wir 14 USB-Ports. 4 davon sind sogar USB 3.0. Er ist sehr, sehr leise, braucht dementsprechend auch wenig Energie. Ich finde, so ein Desktop ist immer schön, wenn man da auch einen festen Arbeitsplatz hat. Man weiß, der steht am Schreibtisch. Und wenn ich mich an den Schreibtisch setze, kann ich sofort loslegen. Das ist auch nochmal der Vorteil von dieser SSD, wo man dann auch das Betriebssystem drauf packt. Der fährt halt auch sehr, sehr schnell hoch. Wenn Sie einen alten Rechner haben, mit dem Sie nicht mehr so ganz zufrieden sind, weil das halt ein paar Sekunden dauert, 10 Sekunden, bis Sie ein Dokument aufgemacht haben, ist jetzt die Gelegenheit für Sie, einen schnellen, modernen Rechner zu einem absoluten Spitzenpreis zu bekommen. Wie gesagt, die 2 TB große Festplatte kostet allein, wenn man die sich separat kauft, glaube ich schon 100 Euro, wenn man Glück hat. Hier bekommen Sie die 2 TB Platte, die 256 GB große Festplatte, 16 GB RAM, alles zusammen in diesem schicken Gehäuse von Fujitsu. Fujitsu ist eine Weltmarke, die sich eben spezialisiert haben auf Geschäftsrechner. Das heißt, diese Rechner sind sehr, sehr belastbar, sehr zuverlässig und eben einfach tolle Geräte, die Sie hier zum absoluten Spitzenpreis bekommen. Der Neupreis hier, die UVP, liegt bei weit über 1000 Euro. Sie sparen 68 Prozent zum UVP. Und wir haben ihn jetzt eben zum TV-Sonderpreis von knapp 350 Euro. Versandkostenfrei kommt das Ganze auch zu Ihnen nach Hause. Und auch wenn es ein Leasingrückläufer ist, wir geben hier selbstverständlich 24 Monate Gewährleistung. Gewährleistung ist nochmal ganz wichtig für Sie zu wissen. Wer Leasingrückläufer kauft, kauft keine veraltete Technik. Ganz im Gegenteil, Neustormotechnik, super modern. Der einzige Unterschied ist tatsächlich der Preis. Du sparst hier 68 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Und Fujitsu brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Die kennt jeder, die stehen für Qualität und eben auch für tolle Rechner. Jetzt ist ja gerade so ein Desktop-Rechner, ist natürlich schön, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, Homeoffice. Laptop ist schön für unterwegs. Hier der Desktop-Rechner ist natürlich auch toll, wenn man dann ein eigenes Büro zu Hause hat, wenn man auch mal hinter sich die Tür zu machen will, um eben vernünftig zu arbeiten. Da sind die toll, gerade weil du da noch einen größeren Monitor hast. Gibt es übrigens später auch noch passend dazu. Wir empfehlen Ihnen, greifen Sie jetzt zu. Denn unsere Leasingrückläufer, die haben wir immer nur ganz, ganz begrenzt verfügbar, weil das sind keine regulären Sachen bei uns aus dem Sortiment, sondern wirklich nur ganz begrenzt, wenn weg, dann sind die tatsächlich weg. Ja, ich habe ihn heute Morgen ausgepackt und eingerichtet, dass wir eben den Pearl-Hintergrund haben und so. Es ist ein richtig schneller Rechner, ein sehr schöner Rechner, mit dem Sie alles machen können. Man braucht eben heutzutage einen Rechner zu Hause, um Banking zu machen, um mit seinen Lieben in Verbindung zu bleiben, Bestellungen aufzugeben. Wir machen unsere, wir liefern unsere Stromzähler jetzt gerade, schicken wir alles an unseren Energieversorger. Das sind alles Sachen, wofür man heutzutage einen Rechner braucht. Und heute reicht eben oft nicht mehr ein Rechner zu Hause. Gerade wenn wir Homeschooling, Homeoffice reden, dann muss man sich den Rechner teilen. Wie viele Rechner habt ihr zu Hause, Moni? Wir haben drei. Ihr habt drei, ne? Für dich, für deinen... Mein Stiefvater, meine Mama und meinen Bruder. Ja, und du hast keinen? Doch, ich auch, aber ich wohne halt nicht mehr. Aber ich weiß, dass Moni auch einen Liesel-Geklopper hat, hier direkt am Arbeitsplatz. Richtig. Und bist zufrieden damit, ne? Sehr zufrieden. Ja, weil man da halt einen richtig guten Rechner für einen Bruchteil des Preises bekommt. Der Rechner kostet normalerweise eben drei, vier Klassen höher. Und hier bekommen Sie jetzt eben einen fast, also ich würde sagen, von einem Neugerät, für mich nicht zu unterscheiden, Rechner, der up-to-date ist, der aktuell ist, der für alles gewappnet ist, über Jahre hinaus. Natürlich mit Windows 10, mit Antiviren-Software, dass Sie sich auch sicher im Internet bewegen können. Alles drin, alles dran bei diesem Rechner. Versandkostenfrei zu Ihnen in wenigen Tagen hier für unter 350 Euro. Die Bestellnummer für unser Futismo ist die REF 2449 und die 569. Greifen Sie jetzt zu. Hier sehen Sie nochmal alle Leistungsdaten in der Übersicht, um Ihnen natürlich auch zu zeigen, dass es keine veraltete Technik ist. Ganz im Gegenteil. Und Kollege Ralf Janssen, der sagt ja immer so schön, Leasing-Rückläufer kaufen ist cleveres kaufen, weil Sie da Markenqualität zum ganz, ganz kleinen Preis bekommen. Natürlich könnte ich jetzt auch online so einen Rechner ersteigern, aber da heißt es, gekauft wie gesehen. Hier bekommen Sie bei uns 24 Monate Gewährleistung und die sind selbstverständlich. Das ist nicht zu unterschätzen, diese 24 Monate. Wenn ich es beim Nachbarn kaufe oder eben im Online-Auktionshaus, dann habe ich ihn. Und wenn er kaputt geht, ist er kaputt. Mein Pech. Wir haben hier eben die 24 Monate Gewährleistung auch auf unsere Leasing-Rückläufer. Du hast gesagt, wir haben natürlich auch einen Monitor dazu. Wir haben einen wunderschönen Dell-Monitor. Zu Dell brauche ich nicht viel zu sagen. Ein 23,8 Zoll, also 60,5 Zentimeter ist die Bildschirmdiagonale. So groß war ein früher Fernseher. Kannst du dich daran erinnern? Ja, so groß war auch mein erster Fernseher. Wow. Der hat natürlich die, also tolle Farben, tolle Kontrastwerte. Aber was ich bei dem jetzt auch noch besonders finde, der ist einmal höhenverstellbar. Ich kann ihn also hoch und runter stellen, kann ihn hier natürlich neigen, kann ihn drehen. Das ist unglaublich wichtig von der Ergonomie. Ergonomik, wenn man da davor sitzt, man soll genau auf Augenhöhe den Monitor haben. Und das macht einen riesen Unterschied. Wenn man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und der ist zu niedrig oder zu hoch, kriegt man einen krummen Rücken oder einen steifen Hals. Den kann man optimal einstellen, kommt mit diesem Ständer eben dazu. Und wir haben hier eben einen fantastischen Monitor, der diesen Widescreen-Format, sag ich mal, hat. Da kann man dann tatsächlich mal zwei Anwendungen nebeneinander laufen lassen. Man kann hier einen Browser laufen lassen oder eine Textverarbeitung. Gleichzeitig ist das genug Platz auf diesem Monitor, dass wir das eben alles machen können. Es ist wirklich toll, wie groß dieser Monitor ist. Hier haben wir mal eine Textverarbeitung. Guck mal. Das ist super zu sehen auf der einen Hälfte hier. Und auf der anderen Seite können wir dann eben tatsächlich noch ein Bild machen oder einen Browser, was immer wir wollen hier. Da ist genug Platz hier, dass wir das nebeneinander laufen lassen können. Was hier natürlich auch noch toll ist, finde ich, bei diesem Rechner, ist, dass wir den auch hochkant stellen können. Ich will das mal eben zeigen, Gesundheit, der eine. Der hat die sogenannte Pivot-Funktion. Das heißt, ich kann diesen Rechner um 90 Grad drehen. Oh, das ist auch toll. Und dann haben wir hochkant. Und Monika, wenn du jetzt mal STRG, ALT und den Pfeil nach rechts machst, gleichzeitig, STRG, ALT. Moment. Nee, den anderen. Das andere rechts? Ja, das andere. Das andere rechts. Guck mal. Wow. Dann haben wir den jetzt senkrecht, den Monitor. Und das ist natürlich toll. Hier haben wir gerade mal so ein Textdokument. Das macht viel mehr Sinn, so was eben hochkant zu sehen an der Textverarbeitung oder mal eine Internetseite in voller Länge zu sehen. Das ist nicht normal bei diesen Monitoren. Aber der hier hat das tatsächlich im Ständer mit eingebaut, dass wir das hier mitmachen können. Greifen Sie jetzt zu, denn für 189 Euro ist das natürlich ein toller Monitor von Dell. Auch hier, Dell steht für Qualität. Hier müssen wir Ihnen die Firma auch nicht erklären. Und du kannst ja teilweise im Supermarkt schon einen Rechner kaufen. Das sind dann irgendwelche No-Name-Rechner. Und da gibst du dann teilweise das gleiche Geld aus. Hier machen Sie alles richtig. Jetzt haben wir noch passend dazu für Sie ein Office-Set, bestehend aus Funk, Maus und Funktastatur. Das finde ich auch toll. Ich finde das super, weil man da nicht mehr kabelgebunden ist. Mir ist es schon mal passiert, dass ich eine Kaffeetasse umgeschüttet habe. Ach, Ingo. Ja, ich bin eigentlich nicht tollpatschig. Du lachst. Ich höre es auch schon außer Regie gerade. Das ist mir passiert. Und das ist natürlich blöd, sowas mit Kabeln. Hiermit kann man tatsächlich die Tastatur mal auf den Schoß legen. Oder mal eben ein bisschen weiter weg vom Monitor zu sitzen, mit der Maus auch. Das ist alles funkgesteuert. Ganz einfach Plug and Play. Das heißt, Sie stecken hier einen kleinen USB-Stick in den Computer. Und dann wird das automatisch erkannt. Egal, ob Sie einen Windows-Rechner haben oder einen Apple-Rechner. Hier bekommen Sie das Set, die Tastatur. Und die Maus ist ausgesprochen leise auch, die Tastatur. Das ist der riesengroße Vorteil. Hier beides zusammen. Hier eine 10 Meter Reichweite. Die ideale Ergänzung hier zu dem Desktop und dem Monitor. Holen Sie sich das Komplettsystem und Sie können sofort loslegen. Bei Maus und Tastatur ist es auch so, dass es neu war. Also das sind jetzt keine Leasing-Rückläufer. Diese Tastatur haben tatsächlich Sie das allererste Mal in der Hand. Absolut tolle Qualität. Auch mit diesen Soft-Tasten nenne ich. Dieses unangenehme, laute Klickern. Aber auch was immer stört, ist das Kabel. Da bleibst du irgendwo hängen und dann ziehst du das Kabel wieder raus. Ach, ist das lästig und leidig. Hier, wenn Sie vielleicht noch eine Tastatur und eine Maus zu Hause haben, die schon so ein bisschen vergilbt ist, ist ja auch eine Keimschleuder. Sollte man die Rhe mal... Ja, so eine Tastatur. Also auf Tastatur-Mäusen sind mehr Bakterien drauf als auf einer Klobrille. Weil die nie sauber gemacht werden. Man macht den Tisch sauber. Man macht vielleicht, wenn man Glück hat, noch das Kabel sauber. Aber den Dreck aus der Maus und der Tastatur holt man nicht raus. Holen Sie sich einfach mal eine neue Tastatur, ein neues Maus. Das hier ist eine wirklich edle Kombination, weil sie so leise und drahtlos ist. Also einfach dazu bestellen. Geht übrigens auch für Apple. Greifen Sie jetzt zu hier bei unserem Desktop-Rechner plus Monitor und natürlich Maus und Tastatur. Das ist eine perfekte Ergänzung vielleicht für Ihr Homeoffice-Büro. So, vielleicht sitzen die gerade im Homeoffice und haben schon immer gesagt, Mensch, jetzt sogar nach Weihnachten, ich brauche einen neuen Rechner. Aber eigentlich habe ich jetzt viel zu viel Geld Weihnachten für die Geschenke ausgegeben. Dann ist hier jetzt toll. Jetzt bekommen Sie hier Markenqualität zum ganz kleinen Preis. Und dann gibt es wieder die Menschen, die sagen, ob Studenten, ob Schüler oder vielleicht viel unterwegs. Für mich kommt kein Desktop-Rechner in Frage. Ich brauche unbedingt einen neuen Laptop. Für diese Menschen haben wir jetzt genau die richtigen Laptops. Einmal einen kleinen kompakten Dell und sogar einen großen Fujitsu. So, und auch hier reden wir natürlich wieder von Markenqualität zum ganz kleinen Preis. Das geht mit unseren Leasing-Rückläufern. Nochmal, Leasing-Rückläufer ist, da ist die Ware fast wie neu. Also für uns Laien mit dem bloßen Auge gar nichts zu unterscheiden. Einziger Unterschied ist natürlich hier der Preis. Die wurden geprüft. Ja, nicht nur die Hardware, sondern auch Software. Und die sind einen Tip-Top-Zustand. Und Ingo, was hast du uns für zwei Schmankerl denn mitgebracht? Also einmal unseren Fujitsu Lifebook E744. Das ist eins meiner Lieblingsgeräte hier. Der ist für alles gewappnet, hat eine tolle technische Ausstattung und ist eben auch noch super schick dabei. Ich nehme den mal hoch. Der hat hier diese Aluminium-Optik. Sieht sehr elegant aus. Und schauen Sie mal, wie ich den zumache. Wie flach und elegant der aussieht. Hier vorne haben wir das tolle Fujitsu-Logo. Das erkennt auch jeder. Das ist ein Markenrechner. Und dann hier eben durch diese Aluminium-Optik und diese super flache Bauweise haben wir eben einen hoch eleganten Rechner. Ich mache ihn nochmal auf. Und dann gebe ich ihn mal dir, Monika. Sehr gerne. Das ist natürlich auch toll, als du den Monitor so aufgeklappt hast. Der ist nicht gleich wieder zugeklappt. Hat natürlich auch hochwertigste Edelstahl-Scharniere verbaut. Das ist es ja. Wir haben hier einen Geschäftsrechner, der ist eben sehr robust gebaut. Das heißt, wir haben hier tolle, tolle mechanische Qualität auch drin, der eben auch mal einen Stoß abkann. Und wir sehen hier die Scharniere, was du gesagt hast. Das sind richtige Metallscharniere, die eben bei einem anderen Laptop, sage ich mal, in der Preisklasse mit Sicherheit nicht da sind. Und dann leiert das schnell aus, bricht eventuell ab. Wir sehen hier auch die weiße Tastatur. Das ist auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal und macht schon mal was her. Das ist also ein optischer Blickfänger. Ich finde ihn auch todschick hier mit dieser weißen Tastatur. Die ganze Fujitsu-Leistungsstärke da natürlich drin und den Namen, da stehen die dahinter. Da kriegen sie eben höchste Qualität. Auch dieser hier hat ein DVD-Laufwerk. Das glaubt man gar nicht bei der flachen Bauweise. Und kommt dazu natürlich auch noch mit Internetschutz. Das heißt, Sie bekommen hier ein Virenschutz- und Internetschutzprogramm dazu und ein Backup-Programm. Was Sie noch dazu bekommen, und das finde ich besonders hier, dass wir diese Dockingstation Ihnen noch dazugeben, für den gleichen Preis. Das müssen Sie nicht extra kaufen. Eine Dockingstation ist ein Port-Replikator. Guck mal, hier auf der Rückseite haben wir jetzt dann plötzlich nochmal diese ganzen Ports zur Verfügung. Das heißt, ich kann hier nochmal einen zweiten und dritten Monitor anschließen. Ich habe hier meine ganzen USB-Ports. Ich habe Strom. Das bedeutet, wenn ich meinen Rechner nach Hause nehme und den hier einfach rauflege, hat er diese ganzen Ports zur Verfügung, inklusive Strom. Ich habe so eine Dockingstation zu Hause. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und dann wieder muss ich zu Hause nicht meinen Drucker reinstecken, meine externen Festplatten, Stromkabel, ich lege den hier einfach drauf. Dann ist das alles passé. Diese Dockingstation oder Port-Replikator kostet normalerweise alleine schon 150, 200 Euro. Der hier ist von Fujitsu original für diesen Rechner. Ja, schenken wir Ihnen mit dazu. Dazu schenken wir Ihnen auch noch eine Laptop-Transporttasche. Ach Mensch, Weihnachten ist doch vorbei. Weihnachten ist vorbei, nicht bei Pearl, nicht bei uns. Kommt alles versandkostenfrei zu Ihnen. Also der tolle Fujitsu-Rechner, die Dockingstation und diese Tasche zu diesem unglaublichen Preis. 499 Euro. Auch hier kommt das Ganze selbstverständlich versandkostenfrei mit 24 Monaten Gewährleistung und ganz vielen Geschenken noch zusätzlich. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil wenn ich irgendwo im Elektrofachgeschäft einen Rechner kaufe, sind die A teuer und alles, was ich noch dazu haben möchte, zahle ich natürlich auch noch mit dazu. Und hier ist es wirklich ein tolles Gerät mit wahnsinns Leistungsdaten. Wen würdest du diesen Rechner denn empfehlen? Also den kann ich bedenkenlos jedem empfehlen für alle Anwendungen. Man kann da die Banking-Sachen machen, kann Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, auch mal ein Spiel, alle Streaming-Dienste. Der hat genug Rahmen, um im Internet auch schnell unterwegs zu sein. Eine tolle, tolle Grafik und ist wie gesagt grundsolide verarbeitet. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal geguckt hast nach Rechner in Geschäften. Man findet kaum welche, weil im Moment, jetzt geht es auch wieder los mit mehr und mehr Homeoffice, braucht jeder einen Rechner. Jetzt zu Weihnachten war sowieso ganz schwierig, was zu kriegen. Die Chip-Krise, was da alles mit rein spielt. Hier bekommt man eben einen absoluten Power-Rechner für 499,99 Euro. Wenn man mal einen Laptop findet, ist es schwierig, das in der Preisklasse zu finden. Und dann bekommt man definitiv keinen Rechner in der Qualitätsstufe, sage ich mal, dass das eben super verarbeitet ist, die besten Bauteile hat. Hier ist alles dran, alles drin. Man kriegt den nach Hause und kann sofort loslegen. Es ist auch so, weißt du, wenn man heute mit Computer überhaupt erst mal anfängt, ist ja auch erst mal so eine Hürde. Oh Gott, schaffe ich das? Traue ich mich das? Ist das nicht zu kompliziert für mich? Mit Windows 10 haben wir ein Betriebssystem, was also wirklich so weit ausgereift ist, dass man da ruckzuck sich selber das beibringen kann. Früher war es so, da musste man irgendjemanden haben, der einem das eine Woche lang erklärt und dann immer noch bereit war für telefonische Rückfragen. Heutzutage geht das wirklich kinderleicht. Hast du einen Windows-Rechner oder einen Apple-Rechner? Ich habe beides. Beides? Ja, auf der Arbeit habe ich einen Windows-Rechner und zu Hause einen Apple. Aber mit Windows kann man alles machen. Ja, problemlos, das geht wunderbar. Ja, das ist es ja. Wir sind heute im digitalen Zeitalter. Digitalität, wir haben einen digitalen Minister sogar diesmal, der sich darum kümmert, dass eben alles weiter digitalisiert wird. Und wenn man da eben auf der Höhe sein will und man muss ja heutzutage auf der Höhe sein, dann braucht man einen Rechner. Und vielleicht gerade sogar einen Zweit- oder Drittrechner, wenn Sie eine Familie haben, damit Sie sich nicht abwechseln müssen. Moni hat gesagt, Sie haben drei Rechner zu Hause und das ist ganz normal heutzutage. Und hier haben wir ein echtes Sahnestück eben zum absoluten Discount-Preis. 499,99 Euro. Wirklich hochwertigste Teile, die hier verarbeitet sind. Und wie gesagt, das ist kein regulärer Preis. Das ist ein Leasing-Rückläufer. Und da ist es wirklich so, die kommen, also diese Leasing-Rückläufer, diese Computer kommen zu einer der größten Refurbisher weltweit und da werden sie auf Herz und Niere überprüft. Also da wird nicht nur einfach mit dem Lappen über die Tastatur gewischt, wenn da ein Buchstabe kaputt ist, dann wird nicht der Buchstabe ausgetauscht, sondern die komplette Tastatur. Und ich sagte ja, von Hardware und Software haben hier einen Tip-Top-Zustand. Also ich habe ja schon mein zweiter Leasing-Rückläufer, mein zweiter Rechner hier als Leasing-Rückläufer, aber mein Handy auch. Und ich muss sagen, ich wäre verrückt, wenn ich nochmal ein Neugerät kaufe, weil das heißt ja wirklich hier im Bruchteil dessen. Ja, für so einen Rechner musst du eben deutlich über 1000 Euro nochmal ausgeben. Und das ist der auch wert. Und der kostet der eben auch im Einzelhandel. Mit unserem Leasing-Rückläufer können wir den Preisvorteil, den wir bekommen, Ihnen weitergeben. Und das ist toll. Mir macht das unglaublich viel Spaß. REF 1489 und die 560 ist die Bestellnummer. Hier sehen Sie nochmal eine i5-Prozessor, Windows 10 als Betriebssystem und natürlich die Ausstattung und hier auch die Leistung ist natürlich tip-top. Was Ingo noch gesagt hat, da gibt es auch eine Transporttasche mit dazu und selbstverständlich die Dockingstation, die alleine schon Warenwert von 50 Euro hat. Die schenken wir Ihnen jetzt hier noch gratis mit dazu. Und wer jetzt sagt, Mensch, ist mir doch ein bisschen groß der Fujitsu, ich brauche eher so ein kleines kompaktes Gerät. Wir haben jetzt noch einen tollen Dell für Sie. Ja, den haben wir, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche das erste Mal vorgestellt. Ist sehr beliebt bei Ihnen. Das ist ein Dell Latitude 2 in 1. Das ist ein tolles, tolles Laptop hier, was eben schon mal was hermacht. Das ist sehr, sehr gut verarbeitet von Dell. Und schauen Sie mal, auch dieser hier ist sehr flach. Wir haben hier ein, ich lege ihn mal eben hier auf den Schoß, wir haben hier ein 12,5 Zoll großes Display. Das ist eben eine Größe, sage ich mal, die eben sehr schön ist, weil sie sehr transportabel ist, aber auch groß genug, dass man hier alles sehen kann. Wir haben gesagt 2 in 1 und ich gebe das jetzt mal Moni und dann machen Sie das bitte nicht mit Ihrem Laptop. Das ist nämlich auch gleichzeitig ein Tablet. Das ist magnetisch an der Tastatur festgemacht und dann kann man das abziehen und hat jetzt ein Tablet. Es wechselt auch sofort in den Tablet-Modus. Sie sehen hier die Kackeln, die Apps eben, wechselt sofort in den Tablet-Modus. Und dann haben Sie ein Tablet und das müssen Sie sich jetzt mal festhalten, mit einem Core i5-Prozessor, mit 8 GB RAM, mit einer 2 TB großen Festplatte, Webcam vorne und hinten. 2 TB, habe ich da richtig gehört? Ja, hast du schon mal ein Tablet mit 2 TB? Nein, nein. Das muss man sich mal vorstellen, dass sowas möglich ist. Das ist halt das Beste aus beiden Welten. Wir haben ein tolles, tolles Laptop hier und gleichzeitig ein Tablet. Da macht das natürlich viel mehr Spaß hier mit Touchscreen, wie Sie das vom Handy kennen. Wir kennen das alle von Handys. Alles macht man mit Touchscreen heutzutage. Wählen, spielen, Nachrichten schreiben. Das kennen wir hier und das haben wir jetzt eben hier tatsächlich in einem super tollen Tablet. Gucken Sie mal, können Sie alles einfach hin und her schieben. Sie können auch größer und kleiner machen, alles mit diesem Touchscreen. Und wenn ich dann wieder einen Laptop haben will, der Carsten, dann setzen wir das einfach wieder rein und haben jetzt ein fantastisches Laptop von Dell. Auch dieses super elegant. Das ist übrigens erste Wahl. Das heißt, von einem Neugerät nicht nur für mich, sondern generell nicht zu unterscheiden. Super verarbeitet. Es liegt richtig solide auf dem Schoß, wiegt aber trotzdem nicht viel. Das ist ja auch wichtig. Wir haben hier eine SIM-Karte, können wir reinstecken. Und wenn wir mal kein WLAN haben, dass wir trotzdem noch im Internet unterwegs sein können. Ich finde das unglaublich hier mit 8 GB RAM, den Sie sogar auf 16 GB hochsetzen können. Und dann hat der hier eine Batterie drin. Und wenn die Batterie an ist, haben wir hier nochmal eine Zusatzbatterie drin. Das ist auch wieder so eine innovative Technik hier. Ich habe das noch nie so ausgereift gesehen. Also ich kenne das, wenn man zwei in eins Geräte hat, dass man das irgendwie umklappt. Aber dass man das einfach abnehmen kann durch diesen Magnetmechanismus, habe ich noch nie gesehen. Ich bin begeistert von diesem Dell. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnspreis für 599 Euro. Guck mal den UVP, wenn ich das richtig sehe. Über 2000 Euro der UVP hier. Ja klar, es sind ja wie zwei Geräte. Du hast einen Laptop und du hast hier eben einen Tablet-PC und das von Dell. Und mich fasziniert das eben, dass dieses Tablet genau die gleichen Leistungsdaten hat wie hier das Notebook. Das ist es. Also ich habe noch nie ein Tablet gesehen, was eine 2 GB große Festplatte hat und 16 GB RAM. Sogar wenn Sie jetzt das teuerste iPad nehmen, hat das eben nicht diese Werte. Das heißt, diese 2 TB bedeutet, Sie können unendlich viele Filme, Fotos, Dokumente, Präsentationen, alles mitnehmen. Sie können eben, und dann hat er eben auch genug RAM, dass man auch viele Anwendungen gleichzeitig laufen lassen kann. Und das sind Laptop-Werte, das sind Desktop-Werte, die wir hier haben in diesem Gerät, den Sie hier eben mobil mitbekommen. Oh, wer sind die drei? Das ist auch eine brillante Auflösung. Guck mal, die kann man sehen. Also ich bin wirklich begeistert auch von der Auflösung. Die Auflösung, die Farben, es ist halt ein Dell, das ist ein Qualitätsgerät. Es ist ein ehemaliger Geschäftsrechner, das heißt auch dieser ist eben dafür gebaut, stabil zu sein. Mal einen Stoß abzukönnen, mal einen Temperaturunterschied abzukönnen. Und jetzt haben wir wieder einen Laptop, was eben super schick ist. Ganz einfach, er wechselt automatisch übrigens. Wenn du den reinsetzt, wechselt er automatisch. Jetzt ist er wieder ein Laptop, wenn du es rausnimmst, wechselt er automatisch in den Tablet-Mode. Auch wenn du dann im Tablet natürlich, wenn du den Bildschirm drehst, ändert sich die Orientierung. Ein ganz, ganz, ganz fantastischer Rechner mit einem intuitiven Design, dieses 2 in 1. Kann man nicht anders sagen. Da hat sich Dell mal wirklich Gedanken gemacht. Mir gefällt die Größe auch sehr, sehr gut. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Das ist auch ideal, wenn du viel unterwegs bist. So ein Laptop, wie unsere Fujitsu ist, ist zwar schön, aber wenn du doch viel unterwegs bist, kannst du den mal schnell auch in die Handtasche mit reinpacken. Dann nimmt dich viel Platz weg. Also gerade für Schüler, für Studenten oder für Menschen, die eben auch auf ihren Laptop angewiesen sind, ist das perfekt gemacht. Und wie du gesagt hast, der ist jetzt hier für sie zwar verfügbar, das ist ein Leser-Rückläufer, aber wir wissen nicht, wie lange. Ja, und einmal das und zum anderen eben, du hast es gerade gesagt, Schüler und Studenten, wenn sie Kinder haben, die zur Schule gehen oder Studenten sind, denen möchten sie doch die besten Möglichkeiten geben, erfolgreich zu sein und viel zu lernen. Dafür bieten sich diese Rechner eben an, weil wir hier Hochleistungsrechner zu einem wirklich sehr guten Verbraucherpreis ihnen anbieten können. Dieser Dell 2 in 1 oder der Fujitsu oder der Desktop-Rechner sind alles ausgezeichnete Rechner, die sich hier zu einem Bruchteil bekommen. Sie machen alles richtig, egal für welchen sie sich entscheiden. Wie gesagt, bei dem ist dieses 2 in 1, habe ich in der Form noch nicht so gesehen, vor allem so simpel umgesetzt und so intuitiv umgesetzt. Auch schön, dass die Kamera hier dabei ist. Viele arbeiten jetzt auch mit Videotelefonie, dass man eben keine richtigen Konferenzen mehr hat, Besprechungen, sondern alles über Videotelefonie. Und schauen Sie mal, was die Kamera auch für eine brillante Qualität hat. Also das ist ja fantastisch. Ja, der hat auch nicht nur vorne eine Kamera, der hat auch hinten eine Kamera, mit der du dann Fotos machen kannst. Also sowas Intuitives hier mit diesem Rechner. Jetzt haben wir hier die hintere Kamera, sehen Sie das? Oder die vordere Kamera, da kann man richtig schöne Fotos machen, die brillanten Farben. Guck dir das mal an. Das ist unglaublich, oder? Wow, ganz, ganz toller Rechner. Also ich hätte jetzt, klar, die 2000 Euro, weit über 2000 Euro, muss man auch fairerweise sagen, es ist jeden Cent wert, weil Sie bekommen hier Markenqualität von Dell. Erste Wahl hast du gesagt. Dann hast du ja ein 2 in 1 Gerät. Selbstverständlich auch hier wieder 24 Monate Gewährleistung. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig für Sie zu wissen. Das ist nicht wie, wenn Sie online was ersteigern, gekauft wie gesehen, sondern selbstverständlich 24 Monate Gewährleistung. Und das Ganze versandt kostenfrei. Die Bestellnummer für unseren, der Latitude ist die RER 1516 und die 5600. Und das sind wirklich Highlights. Oh, wir hören gerade, die Nachfrage ist schon sehr, sehr groß. Wollen wir vielleicht nochmal zusammenfassen, Emo? Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben angefangen mit unserem Fujitsu, wie heißt der Moment, da muss ich direkt gucken. Fujitsu S-Primo-Desktop-Rechner. Ein Desktop-Rechner, ideal, wenn man einen stationären Rechner braucht, wenn man den am Schreibtisch hat und richtig einen Platz zum Arbeiten braucht, weil er natürlich viel mehr Anschlüsse hat als jeder Laptop. Aber das motiviert einfach zum Arbeiten sowas. Und das ist ein toller Rechner hier zum Spitzenpreis. 349,99 Euro mit der Bestellung REF 2449 und der 5600. Ideal fürs Homeoffice, wenn die ihr eigenes kleines Büro zu Hause haben, ihr Arbeitszimmer, wo man eben auch mal vernünftig arbeiten möchte, dann ist das genau das Richtige. Auch hier selbstverständlich mit 24 Monaten Gewährleistung und sie sparen hier 68 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Schick sie da auch noch aus, also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und passend dazu hast du uns auch einen Monitor mitgebracht. Ja, wir haben hier einen 24, also 23,8 Zoll Monitor mit dieser Pivot-Funktion, was ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, Sie können auch senkrecht mal schreiben, wenn Sie eine ganze Webseite auf einmal sehen wollen oder mal ein Textdokument machen wollen. Brillante Farben, höhenverstellbar in alle Richtungen und Winkel, dass man eben auch ergonomisch richtig sitzt, dass man gerade davor sitzt und nicht irgendwie da sich bücken muss, um das alles zu sehen. Ein fantastischer Monitor von Dell, auch wieder Markenqualität zum Spitzenpreis. Ja, auch der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause mit 189,99 Euro. Greifen Sie jetzt zu mit der Bestellung bei REF 3109 und der 569. Ist natürlich eine tolle Kombination. Ja, also das ist wichtig, dass Sie, Sie können das hier miteinander kombinieren, wenn Sie jetzt noch einen guten Monitor zu Hause haben, kann man das natürlich auch zusammen mit dem Fujitsu Rechner nutzen. Aber das ist natürlich toll, der ist riesengroß, das schont auch die Augen. Wenn du lange am Rechner sitzt, ist es eben auch wichtig, dass die Augen hier geschont werden. Und dann noch unsere tollen Laptops. Dann haben wir noch unsere tollen Laptops. Wir hatten einmal den Fujitsu Lifebook. Das ist die Business-Serie von, das ist unser Allround-Talent. Ich finde den spitze, gerade in der Kombination hier, wie wir es anbieten, mit der Dockingstation und der Tasche. Und wir hatten noch unseren Dell 2 in 1, das Wunderwerk der Technik. Ein Tablet mit 2 Terabyte Festplatte und 16 Gigabyte Rahmen oder ein Laptop mit 16 Gigabyte Rahmen und 2 Terabyte Festplatte. Ein 1000 Lasser. Ja, und dieser 1000 Lasser hat die Bestellung bei REF 1516 und die 569. Gehen Sie jetzt sofort ins Telefon und rufen Sie an unter der kostenfreien Hotline 0800 51 51. Und dann hat sich von 3x4 viel Spaß.